ein wunderschöner hallo und willkommen bei den gold spiel für die xbox one für anfang september diesmal mit adlock festival of magic kenne ich nicht und so wie es aussieht ist es komplett auf englisch und man kann nur start drücken also spiel starten keine option nichts vielleicht nachher im game aber ansonsten kann man nur das machen und ich finde ich finde es verdammt laut ich hätte ein bisschen an der audio irgendwann machen soll aber vielleicht kriegt das mit der tonspur nachher irgendwie bisschen angeglichen alles muss ich schaue also auf den ersten blick ist ja nichts für mir einmal schauen sprecher haben sie wohl auch nicht fliegende menschen die ins licht fliehen tsunamis also da haben sie ein bisschen überall gespart deutschen text und sprecher und so hätte schon sein können aber mal schauen vielleicht kommt ja noch was ein empire ich weiß gar nicht was sein soll so ein runden basierendes spiel oder irgend so was ich gucke mir ja meistens nichts davor an bevor ich nur runterlade nur wenn ich es schon kenne dann weiß ich natürlich was was kommt so und jetzt ich drehe hier meine knöpfe ach ladebüschel okay wir steuern diese nette dame ein junges mädchen noch schätze mal 17 18 oder ich vertue mich total auch auf jeden fall ist es sehr flott also sehr flüssig unterwegs man braucht nur den stick hier ein bisschen drücken dann flitzt die hier wie wie ein blitz umher und knallt gegen die tür wo müssen wir hin seht ihr ich wollte nochmal start drücken es gibt es gibt es gibt kein options menü warte fack auf y items ok setting da haben wir doch meine güte text speed kann man sogar auch einstellen machen wir mal ein bisschen runter ja das müsste ich habe mich erdrückt ok nochmal vom neuen kann ich das wegdrücken mami oh mein gott ich kann okay gucken wir es uns nochmal an gleich kommen die fröhlichen leuchtenden menschen ich suche ruinen fliegen oder was weiß ich und diesmal hat er glaube ich den sound angenommen dass er leise ist um hochmann man kann es wirklich nichts gibt mit drückte gerade fast alle tasten gleichzeitig man kann natürlich die taste drücken aber das bringt mir nichts wir können natürlich fünf stunden am am um pausemenü hier verbleiben bis vielleicht ein stromausfall kommt bis jetzt sagt mir das spiel überhaupt nicht zu aber man muss ja mal alles sich anschauen und sich eine meinung bilden andere finden das spiel vielleicht mega geil dass sie sich vielleicht drin sühen oder total geil finden so jetzt kommt gleich die nette dame wieder mit ihren netten hühnchen es geht gleich zu den menüs guck noch mal ob alles richtig eingestellt ist dann verdrückigt mich wieder er hat lockt ich muss demnächst nochmal destiny weitermachen und habe ich total verpeilt alles dieses monat fängt auch noch die neue erweiterung von destiny an und ich habe könig der besessenen noch nicht fertig gemacht ich habe zwar schon was aufgenommen aber nie hoch gestellt also sind die ersten paar aufnahmen von folien ja und dann mache ich weiter total schön ich habe einfach keine zeit um was zu machen gerade mal so die gold spiele ich wollte so viel kram machen aber es ergibt sich einfach nicht achso y setting ja so jetzt zeige ich einfach b drückt sehr schön map geht nicht kaputt oh ich möchte einbrechen fahrstuhl fahren sprich mit mir hi ich heiße wie heißt meine gute eigentlich soll es Ivy heißen Eve? Ivy? keine ahnung oh mein Gott ein cyberpirat I am sorry okay okay what the fuck what the fuck viel viel zu lesen also scheint es schon ein bisschen umfangreicher zu sein ich bin level 5 habe ich gerade gesehen brennt der hat mir einen Korb nuss hier eben ähm was van derf ist das hört sich wirklich komisch an van derf ist ja van derf ist mal naja hier nochmal van derf ist van derf van derf oh mein Gott ey nächstes Level in 2000 irgendwas yes 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 wir kennen naja was wollen die pisser von mir oh ich kann nicht ausweichen oh mein Gott sie kommen immer näher gucken wir mal aus dem fenster so blau oh ich will die gehen aber natürlich nicht weg ne oh mein Gott oh mein Gott oh hallo heißt der Tiger ein sehr interessanter Name hä ach so ich muss die erst K.O. schlagen die rennen an die rennen einen total an aua ich glaube das hackt was haben wir denn hier ich habe sogar ne ne Armbrust ich nehme eine Armbrust ich stecke sie weg was ist das oh mein Gott Falle ich verstehe es kommt mit van derfisten wieder hier oder Donnerblitz oder irgend sowas ip kriegt man ja nicht gerade mal schnell aber es gibt sogar Multiplikator aber auch keine Ahnung wofür oh der Typ sieht so hässlich aus wie ist er denn bitte gelaufen punch sim ich hau die ins Gesicht also die lauf an also die Animationen sind wirklich Bombe ich kann gerade kein keine guten Seiten an das Spiel finden von meiner Sicht aus andere finden finden ist vielleicht cool was ist das Magier hallo nothing ha 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 grrr stop Tiger zerfleisch ihn reiß ihm die Arme aus Flugmaschinen flugmaschinen die laufen bestimmt auf Diesel ja will ja mir weh tun da bist du siehst ja komisch aus ha ha ok was soll ich hier machen 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 soll ich selber so ein Ding fliegen ach eine Tür komm ich natürlich nicht rein ich verstehe das gerade hier alles irgendwie nicht ähm ja was soll ich hier machen was soll ich hier machen es ist irgendwie bin ich gerade blind habe ich eine Aufgabe äh ich verstehe es gerade nicht soll ich noch mal bei den Captain A sprechen hallo er will nicht cyberpiraten jack will nicht hallo hi 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 studenten hä hallo ne hallo ich verstehe es echt nicht hallo 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 flugmaschine selber fliegen geht gar nicht da runterspringen geht auch nicht ja leute ich hab keine ahnung liegt ein hammer kann ich auch nicht nehmen durch die tür komme ich auch nicht ich habe kann ich da nicht ein blitzschlag gegen machen oder so ok leute ihr habt das spiel gesehen also wenn es was für euch ist spielt es habe spaß damit also für mir ist es nicht ansonsten sehen wir uns end des monats noch mal mit zwei spiele für 360 und für die wurden ja ansonsten oder rein bis zum nächsten mal